Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Philharmonie Berlin. Anne-Sophie Mutter und Lang Lang stehen im Mittelpunkt eines ganz besonderen Konzertes. Zwei Weltstars und Ausnahmekünstler, die beide Maßstäbe an ihrem Instrument setzen. Seit seinem Debüt in der Carnegie Hall 2003 ist Lang Lang einer der bekanntesten Pianisten überhaupt. Er beherrscht den ganzen Kosmos der großen klassischen Klavierliteratur. Doch seit seiner Zusammenarbeit mit dem großen Nikolaus Annoncourt hat ein Werk einen besonderen Platz in seinem Repertoire. Das Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Staatskapelle Berlin spielt unter der Leitung von Manfred Honeck. Das Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018